Hallo, hier ist Martin von Money Bankies, das ist die DAX-Analyse für Montag den 27.03.2023 und unser DAX ist zum Freitag mal etwas kontrollierter durchgelaufen, hat den Kopf wieder nach oben gegeben, nachdem aber doch etwas warten gehen musste nochmal erneut. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass dieses frühe Freitagstief zum Freitag sehr typisch wäre, wenn es ihn dann hinten raus lang eben hochziehen soll. Er sollte uns keine neuen Tiefs am Nachmittag bringen, er sollte die am besten schon am Vormittag machen. Wenn wir das jetzt anschauen, ist das, naja, so ein bisschen zwischendrin halt, ne, es ist hier wirklich auf der 12 Uhr Kerze entstanden, das ist mir persönlich ein bisschen zu spät. Ich hätte auch vom Verlauf her zu dem Zeitpunkt gar nicht erwartet, dass er überhaupt nochmal so richtig hochkommt und dass er eher hier unten tief rausgeht. Jetzt haben wir es auch in der Analyse gesagt, ne, wenn er sich komplett hier unten rausschützt und dann auch hier unten bleibt, dass er dann halt hier wirklich rausgehen kann und dann am Montag unten rausschraubt. Wir hatten uns dann in den Updates, also was hier Premium-Dienst dann ist, da hatten wir uns gesagt, okay, wenn er jetzt 9.20 nach oben passiert, wäre er dann aber Abbruch für weiter Short und gegebenenfalls erstmal einen Rücklauf einplant. Und die hat er dann wirklich noch nach oben genommen und auch gleich unser erstes Ziel hier angelaufen, im Bereich um 15.000, 15.000, was war es, 45 oder sowas, da in die Zone, ist auf jeden Fall genau zum Schluss eingelaufen, das hat an sich schön geklappt, ist vom Rücklauf jetzt her betrachtet aber nicht ganz so viel gewesen. Also diese klassische Freitage, wo er, das was ich eigentlich gemeint hatte, ne, dieses kurz runterstechen und dann lang oben raus, das hat er nicht gemacht, ne, es ist schon hier deutlich träge und es ist vor allen Dingen auch ein bärisches Muster, egal ob man es aus der Perspektive hier als Flacke wertet oder untergeordnet, vielleicht sogar eine Verkeilung drin zieht oder wie auch immer, es ist viel, viel, viel mehr Dynamik in der Abwärtsbewegung gewesen, als im Rücklauf jetzt entsprechend die Dynamik drin ist, was für uns heißt, dass wir vorsichtig sein sollten, wenn der am Montag nach unten rumfuchtelt. Also wirklich vorsichtig sein, weil wenn der den Montagsstart vermasselt und der hampelt uns hier irgendwo unter 9,50 rum, müsste man eigentlich davon ausgehen, dass er einen Rehtest an der 800 probiert, also einen erneuten Test dieser 14.830, 14.800. So, dann haut er hier einmal rein und entweder gelingt ihm dann hier direkt an, nimmt tief eine Stabilisierung, dreht sich nochmal hoch und probiert das von dort aus oder nimmt nichts drunter und wenn es ihn drunter legt, dann ist so langsam hier aber wirklich dann Hopfen und Malz verloren, dann kriegt man hier ein neues Tief unten. Ja, und deswegen ist das ganz, ganz, ganz wichtig, wie der reinkommt. Ich würde deswegen zum Montag einfach, ich persönlich würde es so handhaben, alles was unter 9,50 ist, vielleicht nicht auf die ersten zwei Stunden, da würde ich ein bisschen gucken, wie er sich hält und wie er sich bewegt, wie er sich grundsätzlich erstmal aufgestellt bekommt. Aber es ist über den Tagesverlauf für dich, alles was unter 9,50 ist oder vielleicht sogar schon unter 9,80, also ich weiß nicht, ob man die 9,50 hat jetzt keine besondere Bedeutung, ich würde vielleicht sogar sagen unter 9,80, unter 9,90, wäre ich schon kritisch und würde das eher für Short nutzen. Ja, drückt er sich aber hier nach oben, auch per Aufwärtsgab beispielsweise, dann darf er definitiv auf der Route weiterlaufen, da spricht nichts dagegen. Aber guck mal, er hat das hier unten sauber verstanden. Wir haben gesagt, die unten, ja, Analyse für Freitag hieß es, das hier unten wird Entscheidungsbereich. Fällt er hier durch oder stabilisiert er sich hier und dreht auf? Er hat sich jetzt stabilisiert und hat aufgedreht. Jetzt muss es nur noch fortsetzen. Dann ist er genau auf der Einschätzung, wie sie hier von ihm erwartet wurde. Und deswegen würde ich einfach alles, was hier jetzt positiv ist, über einem Freitagsstoß eher als Longchance sehen, Richtung 15.150 rum, als erste große Station. Ja, und dann geht es hier schon wieder in die 270 zu 300 rein. Und dann später auch wieder an die Abwärtskantine, die wir ja am Freitag schon besprochen haben, im Bereich um 13.450 mittlerweile schon. Ja, also, wenn er es hinkriegt, zieht er es sogar so weit raus, dass er hier genau ins Kreuz läuft. Das wäre dann 15.444. Ja, und unten haben wir auch besprochen. Ja, also alles unter 89.99 eigentlich schon. Würde ich eher auf der Unterseite attraktiv empfinden. Ich würde hier eine Bodenbildung nicht ausschließen. Bodenbildungsversuch würde ich nicht ausschließen. Das heißt, wenn ich Short hier oben aufbauen würde, würde ich hier unten mindestens erstmal einen Teilverkauf machen und gucken, was er hier macht. Ja, aber rennt er hier einfach knadenlos durch, tiefer, dann kann er aber wieder 14.600, 14.445 und dann auch tiefer. Dann auch tiefer. Ja, auch aus Tagessicht. Rein aus Tagessicht können wir vielleicht auch nochmal reingucken. Die Kerze dürfte interessant aussehen. Dann hat er hier aber jetzt erstmal einen Ausbruch unten aus dem Band, aus der Range hier, auch aus dem Muster raus vollzogen. Er ist ja hier aus diesem Pattern klar nach unten ausgebrochen, hat da jetzt per Pullback unten ran gelaufen und jetzt geht es darum, gelingt es ihm jetzt hier weiter in dem Abwärtstrend zu bleiben, der vom Tief gesetzt wurde. Dann muss er hier wieder aus dem Band raus, dann muss er unter einer 37 auch wieder schließen. Schafft er das? Ist locker sowas hier drinne? Aber rein so, auch hier jetzt eine grüne Kerze, grüne Tageskerze, am Montag, mit Schluss oberhalb von 15.150, wäre direkt eine Long-Ansage für Dienstag, Mittwoch. Das können wir uns so vielleicht auch schon mal vorweig nehmen. Dann haben wir morgen weniger Arbeit und auch weniger Überzeugungsnot und Grund. Also so würde ich persönlich rangehen. Ich hoffe, euch hilft das was, könnt damit was anfangen und auch für euch nutzen. Versucht euch nicht selber zu sehr im Weg zu stehen. Und ich denke, dann sollte was möglich sein. Also, ich mache deswegen hier erstmal zu, wünsche euch viel Erfolg, gutes Klingeln und dann hören wir uns. Morgen wieder bis dahin, tschüss. Vielen Dank.